Herzlich willkommen zum University Future Festival unter dem wunderschönen Motto Heads Up. Also das University Future Festival in Heilbronn ist wirklich so ein Highlight. Endlich ist der Moment gekommen, dass wir das University Future Festival mit der Partnerbühne hier in Heilbronn eröffnen dürfen. Wir haben internationale Speaker und Speakerinnen, die ganz renommiert zum Thema sprechen werden. Wo kann KI heute schon in dem Education-Bereich helfen? Also wie wir Menschen besser darauf vorbereiten und wie wir das auch nutzen können in der Ausbildung. Die Lehrenden, die Professorinnen und Professoren, die sind der Anknüpfungspunkt, wo man sagen muss, wenn die verstanden haben, dass das Ganze eine Chance ist und eine spannende Herausforderung, dann funktioniert es auch für die ganze Organisation. Ohne KI geht ja irgendwie gar nichts mehr. Sowohl im Privaten als auch im Beruflichen. Alle reden über KI. Was mir natürlich besonders gefällt, ich bin aus Hamburg angereist, treffe ich aber sofort auch auf einen KI-Freundeskreis, kann den erweitern. Auf der Party zum Beispiel haben sich Leute gefunden, die sich normalerweise so nicht finden würden. Diese Vielfalt macht sie eigentlich aus. Und wenn so viele über Zukunft nachdenken, kriegt man richtig Lust drauf, die Zukunft der Universität zu gestalten. Das ist das, was uns hier, mir hier riesen Spaß gemacht hat. Und das zusammen mit einem richtig tollen Team des KI Campus. Was wollen wir mehr? So kann es weitergehen.